Am frühen Morgen gegen 6.20 Uhr kam es auf der K107 zwischen Bründersen und Altenstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei verlor eine 37-jährige Frau aus Naumburg aus bisher noch nicht geklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Die sofort zur Einsatzstelle alarmierten Einsatzkräfte fanden im total zerstörten Fahrzeug eine eingeklemmte Person vor. Die lebensbedrohlich verletzte Frau musste von der Feuerwehr aus dem Frack befreit werden. Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst haben wir eine Crashrettung vorgenommen. Nach etwa 10 Minuten war die Person aus dem Fahrzeug befreit und konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach rund 40 Minuten war der Einsatz für die meisten Einsatzkräfte beendet. Für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus Ippinghausen, Bründersen sowie Wolfhagen mit insgesamt 35 Einsatzkräften. Um die genaue Unfallursache klären zu können, wurde ein Gutachter eingeschaltet.